Hallo ihr Süßen! Heute haben wir ein Paket von der lieben Daniela bekommen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Sie hat mich immer auf dem Araufen gehalten. Sie hat irgendwie immer geschrieben, dass zwei Komponenten irgendwie zusammen erst zu ihr kommen sollen, bis sie mir das schicken kann. Jetzt bin ich gespannt, was sie uns bestellt hat. Sie hat uns irgendwas bestellt. Ich bin gespannt, was da drin ist. Neugierig! Erstmal vielen lieben Dank schonmal. Da ist auch ein Brief drin. Moment. Schwarz-Panzer-Tape. Schwarz-Panzer-Tape. Das gibt es eigentlich am besten, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. An Trixi und Daniel. Ich sehe schon was. Oh mein Gott, ich sehe schon was. Weißt du, was drin ist? Ne, ich weiß nichts. Ich weiß auch nicht. Liebe Trixi, lieber Daniel, heute möchte ich euch ein kleines Dankeschön-Geschenk schicken. Ich möchte einmal Danke sagen. Danke für die tollen Livestreams. Danke, dass ihr uns an eurem Hobby teilhaben lasst. Und danke, dass ihr uns Einblicke in eurem Leben gewährt. Ihr seid klasse. Bleibt so wie ihr seid, denn so seid ihr fantastisch. Ich hoffe, ich habe mit dem Geschenk euren Geschmack getroffen. Und ihr freut euch darüber sehr. Bis zum nächsten Livestream. Ich freue mich schon ganz doll drauf. Ganz liebe Grüße. Dankeschön, Daniela. Vielen lieben Dank für deine super süßen Worte. Ich glaube, wir legen uns mal einen Ordner an für die ganzen Briefe. Das wäre eine Idee. Das ist voll süß. Und ich habe schon ein bisschen reingedinkt. Und ja, sie hat zumindest meinen Geschmack getroffen. Und das habe ich tatsächlich auch noch nicht. Wow. Die habe ich noch nicht. Nein, die haben wir noch nicht. Nein, die haben wir noch nicht. Die haben wir definitiv noch nicht. Das ist geil. Ich stand immer davor und habe sie aber nie gekauft. Wir haben nur vor ein paar Tagen hier gesessen und gerätselt und geguckt, welche Figuren ist noch überall von was fehlen. Das ist geil. Aber da ist noch mehr drin. Oh, oh Gott. Mega, oder? Das ist süß. Nervenahrung. Aber ich weiß nicht, ob ich die essen möchte. Schoki wird gekillt. Die Packungen werden aufgehoben. Ja, die Packungen werden aufgehoben. Kommen wir auf jeden Fall in meine Sammlung wieder rein. Vielen lieben Dank, Daniela. Du hast voll meinen Geschmack getroffen. Oh mein Gott. Checks. Schatzi? Das ist meins, ne? Also Schoki kannst du ja gerne haben, aber das hier ist meins. Das war süß, Daniela. Vielen Dank. Dankeschön. Total lieb von dir. Vielen Dank. Vielen Dank.